Novalis, tröstlicher Rat aus den Schriften An keine Lebensart ist das menschliche Wohlbefinden gebunden. Aus deinem Herzen kann ich dir gutes Wetter und guten Weg prophezeien. Mit einem Kompass orientiert man sich auf allen Meeren. Mit gesunder, praktischer Denkungsart, ohne viele Weitläufigkeit und Subtilitäten, kommt man durch die ganze Welt. Niemals verdirbt jemand mit fröhlichem Herzen. Ein fröhliches Herz ersetzt alle Gesellschaft. Wir können alles aus uns selbst herausbilden und nichts von innerlicher Beständigkeit und Zufriedenheit ist an eine äußere Stelle gebunden. Man hat Langeweile, Überdruss, findet Unbedeutendheit und Leerheit, martert sich mit kränkelnder Empfindung und Fantasie ebenso gut in der glänzendsten Laufbahn als im beschränktesten Zirkel. Alle Begriffe von Beschränktheit und Umfang, Unbedeutendheit und Leerheit und Wichtigkeit und Befriedigung sind höchst relativ. Der Lebensgenuss findet sich überall bei gesunden Kräften der Seele. Wichtig kann uns der Raum einer Nussschale werden, wenn wir selbst Fülle des Daseins mitbringen. Ich will deswegen nicht behaupten, dass man alle ehrgeizigen Neigungen diesen Ideen unterordnen soll, aber der Charakter unseres Lebens, der deutliche Fingerzeig unseres Schicksals, Zwecke, die mit unserem Wesen innig verwebt sind und treue Untersuchungen dessen, wozu uns unsere Organisation und alle Umstände und Verhältnisse der Außenwelt zu bestimmen scheinen, können und müssen allein unserer Wahl Richtung, unseren Aussichtengrenzen, unserer Gedankenwelt Anordnung und Bestimmung geben. Auch mein und fast der meisten Lieblingsfehler ist, alles in eins und eins in allem haben zu wollen. Wir suchen alle mehr, als wir für unsere Bedürfnisse notwendig brauchen und wünschen. Und wir haben gern alle Bedürfnisse und alles, was zur Befriedigung aller dieser Bedürfnisse gehört, in uns zu sammeln, den Wunsch. Wir sehen dann oft den Wald vor lauter Bäumen nicht oder streben nach etwas, das wir nicht anschaulich, sondern nur begriffsweise begehren und verfehlen dadurch den leisen Wink, den uns die Natur gab. Untersuche dich selbst, bitte ich, und sage dir dann selbst aufrichtig, ob viele Dinge, die du wünschst und die dir Sorgen und Pein machen, wirklich so vorhanden sind und ob du sie auch wirklich nötig bedarfst oder sie wesentlich entbehrst. Folge der Natur nur mehr und trenne alles von dir ab, was nicht Natur ist. Ich habe gefunden, dass der unbehaglichen Sehnsucht nach einem anderen Zustande und der Unzufriedenheit mit unserem jetzigen allemal Eingeschränktheit, Unwissenheit und Schwäche zugrunde liegen. Die Natur führt uns wahrlich am sichersten und leichtesten, nur das ist schwer zu unterscheiden, was Natur ist und was sie nicht ist. Um dies zu erfahren, kann ich dir nichts Besseres empfehlen als sorgfältige Untersuchung dessen, was du wirklich bist und was du nicht bist. Ungeduldig musst du freilich nicht sein hierbei, denn selbst dieser anscheinend langsame Gang unserer Bildung und Entwicklung ist Gang der Natur. Ihr getreulich folgen, nie ungeduldig zu sein, immer das Gute anzuerkennen, was wir haben, und nicht von der kranken Empfindung und Fantasie Parallelen ziehen zu lassen, die höchst unnütz, schädlich und unwahr sind. Nicht zu raffinieren auf Empfindung oder Situationen, nichts unterdrücken, was gesundes, wahres Gefühl ist, unbefangen sich und seine trüben Launen beurteilen, tätig der Natur entgegenzukommen und sich vor jeder Überspannung in Acht zu nehmen. Der Augenblick erschöpft nicht das Universum, die Gegenwart befängt nicht unser ganzes Dasein, wenn wir nicht wollen. Je mehr man lernt, nicht mehr in Augenblicken, sondern in Jahren zu leben, desto edler wird man. Die hastige Unruhe, das kleinliche Treiben des Geistes geht in große, ruhige, einfache und viel umfassende Tätigkeit über und ihr herrliche Geduld findet sich ein. Reine Willenskraft, ohne alles Gewühl von raffinierten Gefühlen, ist das, wodurch wir einzig leben und handeln können. Sie ist's, wodurch wir gesund sind und gesund werden. Denn gewiss nur die Harmonie unserer Kräfte, die nur durch sie möglich ist, macht uns zu wahren Menschen, zu echten Wesen, in der Reihe der Dinge und dem wunderbaren Zusammenhang, der moralischen und physischen Welt. Wo kranke Fantasie, da ist auch kranke Empfindung und kranker Verstand. Eins wird durch das andere gesund. So wirkt auch Gesundheit des Körpers und der Seele ineinander, obgleich nie oder höchst selten Krankheit des Körpers wesentlich nachteiligen Einfluss auf das Gemüt haben kann, wenn reine, feste, ewige Willenskraft da ist. Doch es ist genug. Du selber wirst dir dies alles anschaulicher machen können und musst es, wenn es nicht für dich unwahr sein soll und umsonst. Kein Mensch gibt mehr, als er weiß und als er darstellen kann. Bei der Verschiedenheit jedes Charakters kommt über dem, bei dem anderen vieles in Anschlag, was ich übersehe und mir nicht eigentümlich ist. Daher muss jeder Mensch seine Philosophie aus sich selbst heraus bilden. Durch treue Anschauung wahrer Darstellungen anderer Seelen kann nur sein Beobachtungsgeist geweckt, seine Aufmerksamkeit geschärft und seine Tatkraft rege gemacht werden. Ich empfehle dir also alles zu eigenem Nachdenken. Nachdenken, es enthält eine unerschöpfliche Quelle von Trost und Beruhigung. Mit der Bildung und Fertigkeit des Denkers wächst die Freiheit. Opfere dich deiner Fantasie nicht auf. Lass keine äußeren Dinge die inneren Seiten deines Herzens verstimmen. Dass jede Sache zwei Seiten hat, ist ein abgedroschener Gemeinplatz, der aber gleich Leben und Neuheit gewinnt, wenn man mit ihm jeden Schritt im alltäglichen Leben misst und seine Anschaulichkeit bis zu einer Art von Instinkter Urteilskraft erhöht. Stilles Zurücktreten in sich selbst, leise Abwägung der mancherlei Verhältnisse des menschlichen Lebens und eine Bescheidenheit, die man fast nicht zu weit treiben kann, sowohl im Inneren als im Äußeren Leben, sind einige Hauptingredienzien der wahrsten, anschaulichsten Philosophie des Lebens, deren vorteilhaften Einfluss man fast mehr noch im Ganzen als im Einzelnen bemerkt und denen man einen großen, wohl den größten Teil der Leichtigkeit und des glücklichen Erfolges zuschreiben kann. Nimm dir jeden Morgen vor, womöglich froher und heiterer als den vorigen Tag zu sein und glaube mir, trotz allen schallen Predigten, dass Leichtsinn notwendig für den Menschen gehört, der leben will und sein Dasein nicht im Müßiggange vertrödeln. Ich bringe noch den ernsthaftesten Leichtsinn in ein System. Jedes Unglück ist gleichsam das Hindernis eines Stroms, der nach überwundenem Hindernis nur desto mächtiger durchbricht. Ich hätte mich, so wahr ich lebe, längst erschossen, wenn ich nicht immer ruhig auf die Stimmung des anderen Morgens gewartet hätte, wo ich dann gewöhnlich fand, dass es sich doch in dieser Erträglichkeit recht gut sein ließ. Der Abend ist ewig die Geburtsstunde der Gespenster gewesen. Da sitzt man mit glühendem Kopf und ermattetem Herzen ohne Kraft und Saft, brütet über Windeiern und nagt am Knochen der Langeweile. Frisch sogleich die Peitsche zur Hand und damit in der Stube geknallt oder geschlafen oder gezeichnet oder das Gewehr auseinandergenommen oder die Uhr oder einen Marsch oder ein Gläs auf dem Klavier getrommelt. Hurtig kehrt die Spannkraft ins Herz zurück. Kann man mit der Lektüre etwas ausrichten, desto besser. Kurz nur einen Funken Entschlossenheit und man ist gerettet. Am besten ist es, wenn man den Sinn hat, alles Geschehene mit freudigem Herzen wie eine Wohltat Gottes hinzunehmen. Ein schuldloses Herz und Bewusstsein eines guten Willens und einer lobenswerten Tätigkeit steht unter allen beruhigenden Mitteln oben an. Die Hoffnung und unser Ziel müssen uns begeistern und die Gegenwart mit ihren feindseligen Launen verdrängen. Im Grunde lebt jeder Mensch in seinem Willen. Ein fester Vorsatz ist das universal beruhigende Mittel. Nur durch Bedürfnisse bin ich eingeschränkt oder einschränkbar. Man muss sein niederes Bedürfnis und alles das, dem man keinen Einfluss auf sich gestatten will, absolut als nicht für mich vorhanden setzen. Dadurch hebe ich alle Gemeinschaft mit ihm auf. Man wird nie den Weg fehlen, wenn man auf das Allgemeine in uns und um uns achtet. Unter dem Allgemeinen verstehen wir das Allgemeine der Vernunft. Körperlichen Übeln kann man am besten von Seiten der Seele beikommen und durch Seelenverrichtungen und Wirkungen diese Zufälle lindern oder gänzlich heben. Denselben Einfluss, den der Körper auf die Seele hat, hat sie auf ihn. Du bist ein physisch leidender, aber moralisch tätiger Mensch. Das Blatt dreht sich einst. Die Letzten werden die Ersten sein. In diesen Worten liegt eine Fülle trostreichen Sinns. Bleibe fest im Glauben an die Universalität deines Ichs. Du wirst auf deine Leidensstunden wie auf ein verwektes Blatt einst herunterblicken. Himmlische Flucht der Zeit. Halte dich am Großen und Guten in der Zeit der Mühe und des Duldens. Du hast noch eine Ewigkeit vor dir. Alles, was wir Zufall nennen, ist von Gott. Wer Gott suchen will, der findet ihn überall. Denke alles, was dich umgibt, im Verhältnis zur unendlichen Dauer. Die Zeit ertragen zu lernen ist ein Hauptgeheimnis des Lebens und die Einförmigkeit ist eine Schule für Jünglinge, denen die Natur zu viel Empfänglichkeit für alle angenehmen Eindrücke gab. Keine Beobachtung ohne Nachdenken und umgekehrt. Durch die Befolgung dieses Gesetzes wird allein der menschliche Geist den erhabenen Weg seiner Bestimmung geführt, der mit jedem Schritt ebener und breiter, kürzer und reichhaltiger wird. Das Gemüt in Ruhe fest für das Gesetz entschlossen ist der Zustand der Gesundheit im moralischen Leben. Ruhe ist der wahre Zustand des Menschen. Für den Ruhigen ist jede äußere Lage erträglich und selbst angenehm. Es ist nicht das fatale Treiben zu spüren. Dem Ruhigen ist alles leicht und bequem. Alle Vorstellungen, alle Gedanken werden kräftig und erfreulich und die wahrhaft himmlische Lust der Tätigkeit erwacht mit Kraft. Alles, was dem sich bildenden Menschen noch schwer düngt, da sollte er gerade seine Kräfte daran versuchen, um es heben und mit großer Leichtigkeit und Geschicklichkeit heben und bewegen zu können. Dadurch gewinnt er es lieb. Was eine Mühe kostet, das hat man lieb. Die rohe, einfache Schwierigkeit ist die schlimmste. Man teile die Schwierigkeiten und sie werden schon schwächer. Die Teilung der Schwierigkeiten ist eine Konzentration der Kraft und je mehr sich das Hauptproblem vor unseren Blicken zerteilt, desto auflösbarer wird es. Mit den Schwierigkeiten nehmen die Kräfte zu. Etwas zu lernen ist ein sehr schöner Genuss und etwas wirklich zu können ist die Quelle der Wohlbehaglichkeit. Eine gewisse Einsamkeit scheint dem Gedeihen der höheren Sinne notwendig zu sein und daher muss ein zu ausgebreiteter Umgang der Menschen miteinander manchen heiligen Keim ersticken. Ist es nicht am Ende besser, einen schönen Gegenstand sich ganz zuzueignen, als an Hunderten vorbeizustreichen, überall zu nippen und so mit vielen, oft sich widersprechenden, halben Genüssen zeitig genug sich die Sinne abzustumpfen, ohne etwas dabei auf ewig gewonnen zu haben? Man kann seine Bestimmung erfüllen, wenn man demgemäß lebt, was die weisesten und besten Taten und lehrten und Erfahrung und gesunden Menschenverstand zu seinen Führern macht. Mit beiden und Fleiß wird man sich in alle Geschäfte des Lebens finden können. Das reine Gefühl von der Natur der Sache, das nennt man gesunden Menschenverstand und dies ist selbst den Gelehrten, den wissenschaftlichen Architekten unentbehrlich. Übung kann seinen Gebrauch leichter machen und echte Lebenskraft, ungehemmt von Meinungen, erhält ihn rein. Lehrjahre im vorzüglichen Sinn sind die Lehrjahre der Kunst zu leben. Durch planmäßig geordnete Versuche lernt man ihre Grundsätze kennen und erhält die Fertigkeit, nach ihnen beliebig zu verfahren. Wo echter Hang zum Nachdenken, nicht bloß zum Denken dieses oder jenes Gedankens herrschend ist, da ist auch Fortschreiten. Sehr viele Gelehrte besitzen diesen Hang nicht. Sie haben schließen und folgern gelernt, wie ein Schuster das Schuhmachen, ohne je auf den Einfall zu geraten oder sich zu bemühen, den Grund der Gedanken zu finden. Dennoch liegt das Heil auf keinem anderen Wege. Bei vielen wird dieser Hang nur eine Zeit lang. Er wächst und nimmt ab, sehr oft mit den Jahren, oft mit dem Fund eines Systems, das sie nur suchten, um der Mühe des Nachdenkens ferner überhoben zu sein. Eine einzige, wahrhaft beobachtete Tatsache ist doch mehr wert als die glänzendste Hypothese. Das Leben, wie ein herrliches Schauspiel betrachten, überzeugt, dass wir schon hier im Geist in absoluter Lust und Ewigkeit sein können und dass gerade die alte Klage, dass alles vergänglich sei, der fröhlichste aller Gedanken werden kann und soll. Es gibt unendlich viel unbekanntes Unglück, aber es gibt auch gewiss unendlich viel unbekannte Wohltaten Gottes. Angst schadet, Mut stärkt. Jeder trübe Gedanke ist ein irdischer vorübergehender Gedanke der Angst. Jede trübe Stimmung ist Illusion. Der Unruhe und Angst zu widerstehen, dazu gehört die höchste Geduld. Es ist aber das beste Hilfsmittel dagegen. Sobald eine bestimmte Empfindung kommt, ist die Angst weg, die Angst ist ein Schwanken, eine Ungewissheit. Wenn man recht fleißig an die unendliche Unsicherheit der menschlichen Glücksgüter denkt, muss man endlich gleichgültig und mutig werden. Der höchste Schmerz kann nur ein Augenblick sein. Wie nah uns oft der Verlust unseres ganzen Glücks wie gefährlich daher jede Spekulation auf Glück allein und wie dauerhafte Ruhe nur durch Erhebung der Seele über alle Streiche des Schicksals durch Losreißung von allem, was unter der Macht des Zufalls steht, möglich ist. Davon bin ich lebhaft überzeugt. Ein Tropfen Freiheit ist genug, die schlechte Natur auf immer zu lähmen und ihren Verheerungen Maß und Ziel zu setzen. In den begeisternden Gefühlen unserer Freiheit lasst uns leben und sterben. Tätigkeit lässt uns am leichtesten unseren Kummer vergessen. Nichts bewahrt so sicher vor Unsinn als Tätigkeit. Alles scheint auf uns herein zu strömen, weil wir nicht heraus strömen. Wir sind negativ. Je positiver wir werden, desto negativer wird die Welt um uns her, bis am Ende keine Negation mehr sein wird, sondern wir alles in allem sind. Der Weg zur Ruhe geht nur durch das Gebiet der allumfassenden Tätigkeit. Das Glück hat seine Methode. Sie ist freilich die schwerste zum Übersehen, aber tätiger Wille ist doch schon die halbe Mühe und die ganze Hoffnung. Ist denn nicht das Leben des gebildeten Menschen eine beständige Aufforderung zum Lernen? Der gebildete Mensch lebt durchaus für die Zukunft. Alles Echte dauert ewig. Alle Wahrheit alles Persönliche. Das Wahre erhält sich immer, das Gute dringt durch, der Mensch kommt wieder empor. Gute